Es gibt Menschen, die sich aus der Welt zurückziehen, um die Wahrheit zu suchen, um Gottes Nähe oder nach eigener Erfüllung zu suchen. Sie brauchen nicht viel zum Leben. Sie sind zufrieden mit den einfachen Dingen. Unsere Welt ist oft sehr viel anders. Wir sind keine Einsiedler, sondern eher Sammler. Ja, die Menschen waren von Anfang an Sammler und Jäger. Und etwas davon ist auch in uns geblieben. Von diesem Sammler-Trieb, dieser Sehnsucht, sind wir nicht ganz befreit. Und manchmal haben wir unsere Freude, Dingen hinterher zu jagen. Ich denke, ein wenig Einsiedler zu sein, hilft auch in dieser Corona-Zeit. Denn viele Menschen leben kein erfülltes Leben, sondern leben von wenigen Dingen. Vielleicht können wir auch ihnen helfen. So segne und behüte euch und alle, die zu euch gehören, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der Allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank.